Wir haben mit dem BST, IBE und Schweizer Nationalspieler Christian Fasnacht ein Technik-Training gemacht. Hier am Anfang Kontakte flach und was man direkt sieht, ist die Ruhe im Ball. Wir haben hier noch nicht 100% gegeben, aber die Touches waren sehr, sehr sauber. Dann als zweite Übung haben wir Technik in der Luft gemacht. Auch hier werden wieder Farben angesagt und dann geht es um den ersten Kontakt. Wir sagen auch die Anzahl Touches an. Das war auch sehr, sehr sauber. Folgt für mehr solche Videos. Vamos!